Max? 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 Hör mal zu. Guck mal, dir fällt es doch immer so schwer, mit dem Spielen aufzuhören, wenn die Zeit vorbei ist. Ich stelle dir jetzt mal die Uhr neben die Konsole. So. Dann weißt du immer, wie lange du schon gespielt hast und wann die Zeit um ist. Guck mal, wenn der große Zeiger auf dem roten Aufkleber ist, ist deine Spielzeit vorbei. Fünf Minuten vorher klingelt der Wecker. Dann solltest du deinen Punktestand speichern und am besten kein neues Spiel mehr anfangen. Wenn ich reinkomme, hast du noch eine Minute Zeit, dein Spiel selbst zu beenden. Wenn du das nicht machst, schalte ich das Gerät ab. Alles klar? Ja, ja. Max, hast du das verstanden? Gucken wir an, bitte. Ja, wenn ich es nicht schaffe, machst du es. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. In einer Minute ist Schluss, Max. Du wirst das Spiel nicht mehr zu Ende spielen können. An deiner Stelle würde ich speichern, weil ich die Konsole gleich ausmache. So, das war's. Tut mir leid. Morgen kann ich nur weiterspielen. Morgen kann ich nur weiterspielen.